herzlich willkommen zurück zu disco elysium ja ich habe mir noch mal schlau gemacht und in den tipps steht im spiel dass wenn man wenig gesundheit hat in ausdauer investieren soll und ich werde jetzt ausdauer aufs maximum steigern was möglich ist für unseren charakter nämlich auf zwei jetzt haben wir jetzt zwei balken das ist gut dann sind wir nämlich jetzt nicht bei dem nächsten wo wir gesundheit verlieren leicht tot ja und dann sprechen wir mal die gute dame hier an sie findet das tau um den pfahl ran 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 an den anleger antwortet sie traurig wird an so i decided to investigate it personally this cluster of buildings isn't on any of the official maps as far as i can tell that and she's also keeping an eye on you Spionieren sie uns nach? Also, wie gefällt es ihnen hier? Du siehst dich oben. Wie gefällt es mir? Sie lässt ihren Blick zum Dorf schweifen. Auf den Betonziegeln schmilzt der Schneematsch. Die Bauarbeiten wurden vor zehn Jahren abgebrochen. Die Straße hat keinen Namen. Alle Männer sind tot oder missbraucht. Und ist das die Karkasse einer Motorradfahrer? Sie kneift die Augen zusammen. I'm surprised that woman hasn't put me to the sword yet. Maybe she will. You should ask your questions while you can. Dark eyes survey the coast leading up to Martinez. Dull gray metal rests in her scabbard. A sword. The wind is too loud for her to hear. Fortunately for you, madame. The RCM is on the scene. All right. Politics time. Let's react. Okay. Ähm. Tja. Haben Sie keine Angst. So sieht nur die richtige Stadt aus. Oh. I'm not frightened, Officer. I'd never... Sie lehnt sich gegen das Gelände und sieht zum grauen Himmel auf. Above you, there forms a quilt of alto-cumulus clouds, twisting into each other. The wind tugs and stretches them over the bay. Their cloud shadows slide over the ruins of Revachal West. Wherever they pass, the temperature drops slightly, but... Do you know how they discovered this place? The wind nimmt zu und ihr Regenmantel flattert. Diese Insel? No. The insilindian Isola. Was genau ist eine Isola? I'm guessing you don't know then. Nein, ich weiß nicht, wie sie entdeckt wurde. Well. Your condition has left you no worse off than most of these people. The literacy rate is around 45% west of the river. 50 years of occupation have left these people in an oblivion of poverty. Ich bin auch zu etwa 45% funktionstüchtig, aber langsam wird es besser. Ich wusste, dass du sympathisieren würdest. Die meisten Revachalien wissen niemals, was dieses Ort bedeutet. Unsere Haus, diese Isle of Matter. Oder warum wurden sie in den ersten Platz verabschiedet. Erinnerst mich, dass ich dir einen Tag erzähle. Für jetzt? Wie kann ich dir in diesem neuen Ort helfen? Erzählen Sie es mir jetzt. Wir haben Zeit. Do we? Er wirft einen Blick auf seine Uhr. Er scheint keine Zeit zu haben. Ich höre, dass du einen Suspekt ausgesucht hast und in der Erwanderung bist. Das ist der Grund für kasselesen Optimismus. Ich will nicht, dass du dich delayern willst. Diese Geschichte wird sie nur erzählen, bevor sie die Erwanderung verabschiedet hat. Am Ende des ersten Tages. Na gut. Vielleicht gibt es etwas anderes, das ich dir mit zu helfen kann, während du dich in der Erwanderung bist. Du zeigst dir deinen Ausweis. Ich habe übrigens meinen Ausweis gefunden. Sie inspiziert das blaue Plastikkärtchen. Ihre Augen huschen von links nach rechts. Sie ist memorizing dein Badge-Nummer. Bitte, dich zu treffen, Lieutenant W. Euphreiter Dubois. Ich bin glücklich, dass du einen Mann mit hohen Qualifikationen sehen kannst. Die Situation ist precarisch. Was kann ich dir mit dem Lieutenant Euphreiter helfen? Danke, das wäre vorerst alles. Okay, dann ist die gute Dame jetzt also hier. Na, wenn sie glücklich macht. Noch ein bisschen Geld. Sonsten ist hier aber erstmal nichts weiter. Hier können wir jetzt weiterschauen. Was haben wir denn hier? Geld. Und eine Tür. Sie ist fest verschlossen. Aber vielleicht können wir durchs Fenster reingucken. Aus diesem Winkel kann man nicht ins Haus blicken. Aus dem Inneren vernimmst du das behagliche Bullern eines Heizofens. Ach, wie schön. Ja, das wäre jetzt genau das Richtige. Wer ist das denn? Die Frau, der neben einem Bottich mit Wäsche sitzt, summt eine ungewöhnliche Melodie. Ihre Augen sind geschlossen. Du bist nicht sicher über die Melodie, aber es könnte Sav Samaran sein, vielleicht Segean, auch der Apricot-Suzrunti. Willkommen in der Fischwolle. Bitte lehnt sich näher. Ich habe Kataracts. Du lehnst dich nach vorn. Oh, willkommen, Police Officer. Wir haben keine Probleme hier vorhanden. Und wir wollen keine Probleme auch. Wir sind nicht hier, um keine Probleme zu machen, Madame. Probleme? Sag das zweite was, Grattan. Ich zeige dir, dass du den Stil hast. Wir sind Bullen. Wir sind Teufelskerle. Klick, klick, bäm, bäm. Nein, du bist nicht. Ich habe dich hier vorhin gesehen. Zwölf Jahre vorhin. Du hast keine Hilfe bekommen. Du warst ziemlich hilfreich. Aber trotzdem in Martinez bist du ein Ehemann. Moment, war ich schon mal hier? Nein, nicht du persönlich. Ich habe das RCM. Einige der Männer kamen in einen Krieg. Einer von ihnen töte einen anderen. Er lockte sich in der Waldschad da. Zeigte auf das Gebäude hinter ihr. Er war brooding. Er brauchte etwas Hilfe, um die Tür zu öffnen. Du hast es für ihn öffnet und hast ihn zu denken, was er in einem mehr sekluderen Ort gemacht hat. Irgendwo mehr kalt. Sie sagt es, als ob er auf einem bestimmten spirituellen Retreat war. Von was für einem schlechten Omen reden wir hier? Oh, der üblichste. Der schwarze Tidons. Der schwarze Hohne. Das ist du, oder? Der schwarze Hohne, der in deinen eigenen Hohen leuchtet. Das stimmt allerdings. Ich bin ein schlechtes Ohm. Du bist nicht. Niemand hierher verzeichnet uns als ein schwarze Hohne. Die Leute haben uns gesagt. Vielleicht sind sie Angst. Warum? Because you're an ill omen, but you're still welcome here. As long as men with guns aren't chasing you. And maybe even then, because that's the kind of fishing village we've built. I'm sorry there's not a lot of room to park the motor carriage. And not a lot of houses. Or a lot of people. My kids are long gone, searching for treasure. So are others. Ah, look at me, Rambelon. What brings you to us? Nein. I haven't seen anyone lately. This is my little cinderblock town. I know what goes on around here. She's being evasive. She knows something. There was a murder in Martinez. She might be a suspect. We would appreciate your help. Would you now? I know how this world works. And it doesn't work, when people tell on each other. No. It's not like that man. With him we call you. Right now, you just arrive by yourself. Like a raven, plucking at the window glass. Verstehe. Sie wissen etwas, aber sie haben beschlossen, es uns nicht zu sagen. There's not much to tell. People come and go. Now, was there something else? I see, ma'am. I hope you don't mind, if we look around anyway. Ruby was here. You know it. You need to look into these shacks, especially hers. Okay, ja, das wird interessant. Wo könnte man hier in der Gegend über Nacht bleiben? Ist der? Most people here are trying to live. That said, if lodging is what you are looking for, I've got a free room in the shack. Ihr seifiger Daumen zeigt auf das Gebäude hinterher. Wie viel kostet es? I won't charge you for it. Take it as a gesture of goodwill from the village to the RCM. Ein Moment, Sie überlassen es mir einfach gratis? No one is using it and God knows it's not much anyway. You can stay there. Es gibt ja diesen Typen, Gart. Er zwingt mich, jeden Abend Geld zu geben, nur damit ich draußen in der Kälte nicht erfriere. Hm. That's exactly how they get here. That's why we built our own cinderblock houses on the seaside. So we don't have to give money to those crooks. We might not look like much, but they are ours. Moment, warum ist das Zimmer denn unbewohnt? My kids grew up and left, like they do. The house is long empty now. I live in the small side attachment. It's easier and cheaper to keep warm. Don't make an old woman regret opening her house to the police. Well, if you're not in the hostel in the morning, I know where to find you. Here, in a shack. He's a little relieved, you're no longer in that room. Should he? This environment encourages one thing and one thing only. Drinking. Finally, you have those lame-o's of martinez off your back, Bratan. This looks like a great place to bring chicks. Was gibt es hier in diesem Fischerdorf? Just us. It's barely a village anymore. We almost don't exist. Wie meinen sie das? This is pretty much a non-place. A gap. A blank spot on the map. Just a cluster of nameless sharks on a nameless street. The place is so pornographically poor. It's not even funny. Dieser Ort ist schreiend arm. The lack of wealth is the one thing we've got in abundance. Die Frau lächelt kryptisch. Riddles fits with the general ambiance here. I, sometimes, it's as though I'm also gotten lost inside this nameless nothing. Ich bin auch verloren. Oh. It seems to be a common theme these days. Ich würde viel lieber wieder über das Dorf reden. As you please. Irgendetwas muss es doch hier geben. Sagen Sie es mir. Over there you can find more of the same. Sharks and trees growing wild. That's the pox. Between here and gemrock. A dusty sea of old trees. All covered in industrial soot. Small houses under them. An overgrown park. The pox. Die Pocken. Was ist das? An old military hospital and its surroundings. Oh, it used to be. During the time of the suzerain. After the war, it was turned into a goodwill hospital for shell-shock veterans. and folks looking for some quiet in the old sanatolian gardens. Now the area is crisscross with nameless streets. And makeshift cinderblock houses. Sharks house far as the eye can see. Was ist aus dem Krankenhaus geworden? The goodwill ran out. The staff left and the place was shut down. It's long gone by now. Wer lebt noch in diesem Dorf? Well, there's Lillian and her kids. If you knew folks live in the house to the east. But they are away right now. And then there's the drunks. Not a pretty sight. But there's little we can do about it. Home is home. Even for them. Lillian habe ich schon kennengelernt. Lillian ist tough. Tougher than the man here at least. If it wasn't for her and the kids, this place wouldn't have a spark of life left. Sooner or later, you'll see for yourself. Don't have to look long to find these guys. Here, for you, no officer. The only money we have here, is some coins the drunk's trial hiding from their women and then forgot about it. Okay, jetzt wissen wir auch, worum hier überall Geld rumliegt. Gut, ich wollte auch noch zu einem anderen Thema mit ihm reden. She nods, rinsing another piece of cloth. Was ist denn weiter unten an der Küste? Not much. Where is the abandoned church? The DeLorean Church of Humanity. It's been there since before my time even. Warum ist sie verlassen? Some things just don't fly, officer. Look around. Who'd go to church here? They built it 300 years ago. Must have been nicer then. So, they don't hold services there anymore? The Ecclesiastes? No, we've tried, but things just keep happening. Crime, accidents, other things. The place never stays open. It's a pity. It used to be such a nice church. She's not telling you all she knows. Keep her talking. I have a feeling, that they will not tell me anything else. What's going on here? What's going on here? Well, where is that music? Music from across the sea. It started a few days ago, and now it's blasting, even through the night. And now, suspicious looking people are sneaking around the church. I don't like that. Interesting. You could look into this ruckus, if you have the time. Oh, that klingt gut. Was gibt es sonst noch unten an der Küste? Before you get to the church, there are some ruins. An apartment complex or some kind of electrical plant. Run down bunch of houses. Emptie. Ja, was denn nun? Wohnungen oder eine elektrische Anlage? I don't know exactly. A pre-war place. It used to be something. Before the war. I wasn't here then, you know. Was born in Samara. Sonst noch was Bemerkenswertes? Of nerd? The old fish market up on the boardwalk. But it's closed. Wer sollte denn hierher zu einem Fischmarkt kommen? No one. That's why it's closed. It was once a bustling place. Back when I was young. And so was everyone else. Now, what can we do bring in? Goes straight into a lorry for the Delta or somewhere else. Das ist alles? Es muss doch an der Küste noch mehr geben. What? You are one of us real estate people with big plants? If you want a development opportunity, you can check out the abandoned building over at Lenzén. Used to be a supply depot. We think. Sending goods and ammo across the bay. It's jammed shut though. We tried to get in. See if there was anything to sell or scavenge. But it's impossible. And now you know everything there is to know about this coast. Erzählen Sie mir von sich. Was genau, wer genau sind Sie hier? Me? No one. Just an old washerwoman. Mother called me Isabel, if that's what you're asking. And my married name is Sadie. Now it's your turn, Mr. Lieutenant Doppelge Freighta Heria Dubois. Quite a handle you got there. So many titles. One of them double. Ich wurde gebeten, Ihre Unterschrift einzuholen. Du gibst ihr den Umschlag. Jetzt wollen wir wissen, wie sie heißt. Ja, macht's ein. Hey, was ist das so? Komm jetzt. Ich kann nicht alles mit Skribbel lesen. Tell mir, was es sagt. Test die Wörter hier. Sag das, es gibt nichts, was zu beantworten. Es geht nur um einen Immobilien-Deal. Nichts ominöses. Äh, nein, es geht um etwas ganz anderes. Ja, das ist von der Gewerkschaft. So, was wollen die Clare-Bröder in diesem Zeitpunkt? Ah, ich könnte halb blind sein. Aber es sieht aus, dass ein Teil des Dorfes eine Straße sein wird. Das beste Teil. Das Teil, das wir aus unserer Häusern gehen müssen. Ich sehe, Lillians Name ist bereits hier. Die Mädchen ist zu vertrauen. Was haben sie gegen die Gewerkschaft? Ich habe es alles gesehen. Du denkst, wir haben unsere Interesse an der Hälfte? Riche Männer sind immer bei den pooren Lumpen-Promises, die wir nie planen, um zu halten. Sie zieht einen dunkelroten Lumpen aus dem Bottich und legt ihn weg. Dann wird die Hälfte aus der Hälfte aus der Hälfte und die Räfte ein bisschen riecher werden. Das ist das, wie es geht. Also, nein, ich glaube nicht, 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 ich glaube nicht. In ihrer Meinung ist die Union der Hälfte, weil Everard fett ist. Es ist so einfach und es gibt keine Veränderung. Suggestionen brauchen wir dafür. Harry ist ein guter Name und vertraut dem Mieter. 28% ist trotzdem nicht gut. Ich gehe da mal wieder. Leben Sie wohl. Und wir gucken mal, was wir hier haben. Ah ja, genau. Frage im Dorf nach Ruby. Wer soll in ihre Hütte rein? Okay. Und dann können wir gucken, ob wir hier noch was haben, was Suggestionen erhöht. Ja. Die Jacke. Da haben wir Minus-Ein-Suggestionen, die können wir mal eben abnehmen. So, und was haben wir dann hier noch? Noch mehr Suggestionen vielleicht? Aber dann sind wir jetzt schon mal um zwei besser. Ne, okay. Dann würde ich sagen, probieren wir es einfach mal. 58% ist doch. Zumindest nicht unschaffbar. So, dann versuchen wir doch mal. 12. Was soll aus den Kindern werden? Sie müssen so stolz auf sie sein. Sie müssen so stolz auf sie sein. Und dann? Und dann? Die Frau atmet aus und starrt auf den Boden. Sie kann die Gedanken nicht zu Ende denken. Sie müssen so stolz auf sie sein. Sie müssen so stolz auf sie sein. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das Fatmans-Juggestionen alles verändern wird. Aber welche anderen Wahl haben wir? Es ist nicht so, dass das Koalitions-Gerner kommt, um uns zu retten. Ich will nicht mehr so lange sein. Nicht mit der Darmkeit in meinen Mund. Wenn sie eine Chance haben wollen, wer bin ich, die zu stoppen? Die Kinder müssen oberste Priorität haben. Aye. Wir tun das. Wir tun das. Aber wie tun wir das? Reluktant. Sie zieht die Penne aus deiner Hand. Sie schraubt ihren Namen auf der Linie. Sie schraubt alles zurück zu dir. Siehst du, dass du nicht nur alles schraubt hast. Ich könnte halb blind sein, aber ich habe eine gute Erinnerung für Träger. Lass uns gehen, Melit. Er ist nicht mit dir, sondern mit ihm selbst. Das sagen wir natürlich nicht. Ich gehe dann mal wieder. Leben Sie wohl. Gut. Ja, die müssen wir dann in den Briefkasten schmeißen. Aber erst gucken wir uns hier natürlich noch weiter um. Jetzt können wir hiermit interagieren. Achso, nee. Das hatten wir schon mal. Und dann gucken wir hier nochmal bei Kleidung. Denn hier haben wir ja ein Minus auf Zwielicht. Deswegen ziehen wir den wieder an. Und dann gibt es nochmal den schönen Hut. Ach, nehmen wir den hier wieder. Gut. Perfekt. An die Hütte können wir dann gucken, wenn wir schlafen gehen. Das müsste ja die hier sein. Das Graffito verdeckt das Straßenschild. Einzelheiten sind kaum zu erkennen. Die durchweg warnenden und einladenden Farben wirken allerdings gemütlich. Legt. Vielleicht ändert sich das ja am Frühling. Leicht. Bein runter. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann können wir ja mal mit den Kindern sprechen. Bis dann.